Ein frisch verheiratetes Paar im Wilden Westen. Sie fahren in die Flitterwochen und reisen standesgemäß mit einer Kutsche. Irgendwann krachen die beiden durch ein tiefes Schlagloch und sämtliches Gepäck fliegt durcheinander. Daraufhin schreit der Cowboy laut 1! Aber trotzdem denkt er sich, naja, das kann ja mal passieren. Die Fahrt geht weiter und zwei Stunden später donnern die beiden erneut durch ein derbes Schlagloch. Teile des Gepäcks gehen verloren, der Cowboy muss absteigen und alles wieder einsammeln. So schreit er erneut 2! Aber das junge Glück der frisch Verheirateten lässt den Vorfall dennoch schnell vergessen. Wieder zwei Stunden später durchfahren sie das nächste Schlagloch und der Cowboy fällt vom Kutschbock in den Dreck und schreit diesmal noch lauter. 3! Er zieht den Colt und erschießt den Gaul. Daraufhin schreit seine junge Frau und meint, du kannst du nicht einfach unser Pferd erschießen. Wer soll denn ab jetzt die Kutsche ziehen? Darauf beginnt der Cowboy erneut mit Seelen. 1! Konfuzio sagt, eine positive Bewertung und ein Abo erhöht deine gute Laune um mindestens 400%. 2! 1! 2!